einen wunderschönen guten tag oder guten abend auf meinem kanal ja eine sache gleich mal vorne weg erstmal herzlichen dank für 71 abonnenten ja ich mach weiter so meine lieben lasst ein like da und ein abo da und ihr könnt wie gesagt auch die dritte sache ihr könnt auch kommentare abgeben ich probiere sie wie gesagt immer zu beantworten ja so auf instagram werde ich demnächst von fortnite ein bisschen was hochladen ich habe da ein paar sachen fotografiert warum passiert hier nichts bei fortnite ihr seht das selber da biken steht apex hallo apex ich habe hier gerade ein technisches problem ja ok ich hatte gehofft dass apex jetzt besser läuft nach einem update noch mal ein bisschen besser aber irgendwie hat apex zeichen gerade ein tierisches fettes problem ich habe gestern war wie gesagt nach dem update erst mal gezockt eine weile mit ein paar freunde und ich bin auch schon überlegen darüber mal ein video zu machen wie wir da zocken das problem ist dass ich da jemand immer habe der ganz gerne mal so ein headset schreit und dann muss das mal leise stellen weil die bienen zocken über was warte über playse 4 manchmal auch immer in laptop oder so ich staune dass apex jetzt da zu unterstützt in den laptop weil der laptop ist relativ alt den sie haben staune ich selber also wie gesagt also cool sache das muss man mal apex x gleich lassen also dass es auch selbst auf dem smartphone läuft auf dem laptop läuft und auf der playstation 3 würde es auch laufen wenn ich eigentlich mal einen vernünftigen speicher hätte aber mein speicher ist zu klein dafür ähm dass wir nicht schon überlegen ob ich die playstation 4 groben hole also die premium die jetzt noch rausgekommen ist oder warte bis die 5 rauskommt weil dann würde ja das fortnite erst recht laufen oder ich warte bis ich mein ganzes geld zusammengespart habe für den rechner eigentlich mal es wird aber noch eine weile dauern und wie gesagt für den einen rechner brauche ich schon so knapp naja mal etwas über den tausender also für etwas klein waren so wie waren wir dann zu spielen scheint hier auf solo ach jetzt ist der biken da denn genau den hier hatte ich gesucht ihr habt also wüsste ich doch dass irgendwas da nicht schon gestimmt hat oh ich hab was neues informationen äh nicht wirklich außer der hier ja kann ich mir aber jetzt nicht holen äh muss ich später mal machen werde ich auch später mal was holen also so ist es nicht aber erstmal geht es nicht erstmal vielen 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 dank an zion was er für mich gemacht hat ist echt schon mal positiv also zion macht so und da schütze ich mich jetzt auch ein bisschen finde ich echt geil ähm manche sachen also wie gesagt also wenn ihr jetzt auf meinen ähm kanal kommt das wird hat zion für mich gemacht also das hätte ich so nicht hingekriegt erstmal dafür hier herzlichen dank das hätte ich so nicht hingekriegt so zion ähm so wenn wir mal gucken ob wir hier eine katze finden dann wäre das kevin ah shit dann kannst du hier nochmal die katze sehen mal gucken ob ich sie irgendwo finde heute in fortnite weil da war ja erst dann nämlich jemand bei da stand richtig drauf über ihren skill darf kevin spielen kommen und ich mich schon erwundert hä so wie jetzt äh ich so hä kevin ist doch eine katze aber kein skill nein nicht backen so ich weiß immer noch nicht wo ich genau hingehen soll wirst du mache ich das erstmal so aber 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 es könnte klappen es könnte klappen es könnte klappen dass wir da hinten in das gebäude reinkommen und dann hoffentlich krieg ich die geile loot finden und vielleicht will man auch die katze kevin wie gesagt nochmal hier in den ding kevin hat mich nämlich auch einmal abgesnipet wo ich schon eingekastet worden bin das ist meins so verbände haben wir schonmal ich hatte gestern auch wieder paar rissen in die hosen bei gehabt also es war auch wieder cool ach nein immer wenn ich aufnahme mache fängt er an zu backen Alter das darf doch nicht wahr sein und ich habe deswegen schon mal die leistung runter geschraubt das ist die auflösung vielleicht hätte ich mir einfach zu viel kapazität die gehen jetzt klauen ins smartphone nochmal verbände cool zehn verbände haben wir schon mal da ist eine kiste Leute so wie heißt es so schöne getränke sollst du sie mal so vorziehen ne das machen wir doch mal glatt so einen kriegen wir nicht mehr dann lassen wir einfach hier na die waffe ist eigentlich beschissen aber für den nahkampf kann es hier manchmal auch ein bisschen vorteilhaft sein ich habe es schon einmal ausprobiert nicht schlecht na klar ein stein erstmal mitgenommen hab ja auch noch nichts zum bauen dann wirklich also müssen wir auch mal eins ehrlich sagen passt schon naja Loot geht ja mal gar nicht heute guck mal erstmal hier die Tränke so der Loot ist ja schon erstmal grenzwertig diesmal äh so dann gucken wir mal das nächste Bild rein passt ja mit der Zune als Zune ist heute sehr dankbar muss man ganz ehrlich mal sagen oh nicht gut sorry das wollte ich nicht so dann kann die Waffe raus dann wupple mal das hier rüber die nach da die nach da ups dich nach da du nach da vorne so und du ganz nach hinten so passt mir das nämlich schon mal eher nein ich habe die Waffe wieder aufgehoben ach manno ich will die Waffe doch gar nicht du kannst dich hier mal anders holen äh achso doch mal bist du okay hab ich gar nicht gesehen ein bisschen Muni ist immer gut so dann kann die Waffe raus auf jeden Fall mit dann weiß ich es ja nie Alter wieviel Verbände soll ich denn noch mitnehmen Alter ich kann mich ja richtig böse wuppeln ach ne ist das doof so Wilma lass mich raus ist das rein Wilma lass mich raus passt doch auch mal ich will eine Kiste haben Alter ich brauche noch Getränke und paar andere Waffen wären auch nicht schlecht weil die Waffensätze ich kann zwar mit ein umgehen so ist es nicht aber jawohl dazu nehmen wir erstmal die Waffe raus den holen wir uns saufen so die Waffe nicht die andere will ich haben nur die so und ich höre auch ne Kiste die ist da oben irgendwie dazu gehen wir auf bauen gehen auf das bauen dann ups jetzt zeichne ich mich ja jetzt ein Boot erstmal okay da raus da rein wuppeln mal ein bisschen nach oben ach ach das ist meine Treppe gleich wieder mit abgebaut wie immer aber die Kiste scheint nur da zu sein die soll unter dem Ort irgendwo sein da ist er ok 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 ja ein Riss dann lass ich etwa das hier und probieren den Riss mitzunehmen ohne Riss die Waffe ist geil dann nehmen wir die da raus und nehmen die hier mit genau ne Gangbang so stecke ich hier schon wieder leicht fest das macht aber nichts so hier raus 28 Leute sind da drinne und die Zone kommt ein bisschen näher also guys wir müssen mal ein bisschen laufen sehr schön sehr schön Waffe ist nicht so schön aber immer noch besser als gar keine Waffe also Muni bräuch ich mir keine Sorge machen auch wenn das mich nicht anzeigen kann aber ich weiß wenn man da rauf geht äh nicht da rauf das ist eher mal das man einnimmt als wenn man dann mal nicht mehr auf die Munition ist geht nämlich also ich habe es irgendwie mal hingekriegt ähm ich muss da mal gucken wo das ist Alter was kommt denn da runter Och ne Zone du bist ja manchmal doch ein bisschen gemein zu mir jetzt muss ich jetzt mal in die Eiswerte bleiben Oh ne darauf habe ich keinen Bock ich habe keinen Bock um Eisfüße zu kriegen ich kann euch mal zeigen was passiert wenn man Eisfüße hat so noch kann ich gut laufen wenn ich jetzt nicht mal stehen bleibe guck mal wie der rutscht und der rutscht und rutscht und rutscht und rutscht und zack also das sind erstmal meinerгу und daher die ist allerdings nicht aufpassen aber das ist auch nicht super und das kam Es ist so gut. Ja. 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 Okay. Ihr seht es gerade, hier ist eigentlich nicht vorne, ich komme da nicht ran. Ja. 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 Ich denke, ich muss da raus und brauche mich hier, hier ist mal, wenn ich den raus will. schön dass die Uhr darüber steht na geht doch warte ich mal wo ist weggewuppelt mit mich na egal mit deinem Riss mit ja weiß nicht was er mit ihm soll ich weiß echt nicht was er mit ihm soll das war eine coole Sache so auf geht er auf ein neues das kann noch nicht sein der Muppet der mich von hinten an die Sau und ich gucke wo ich mich verstecken kann dass ich ihm abknallen kann und hab nichts gefunden wirklich ach mann ja ist das ein bisschen früh für mich ach ich ja alter da wuppet der mich von hinten an das muss man sich mal hinziehen nein 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 und ich konnte nicht bischen schießen irgendwie warum auch immer also manchmal klappt das einfach nicht nicht null Ahnung was da los ist alter ey entweder ein benignete oder ist wirklich jetzt Maffung keine Ahnung aber ich bin noch ein bisschen kaputt ja so ich bin noch ein bisschen noch so mit der Jaloppy da kann mir ja nichts passieren so wo springen wir denn ab aber so früh wie möglich oder so spät wie möglich das ist ja mein motto lass uns mal die andere alle springen und wieder schon wieder ans Licht anzuziehen ja ja also wir springen jetzt ab gehen aber drehen uns gleich Lalalalala Oh meine Fahne hat mal ein Loch drin und was immer größer wird Alter jetzt siehst du ja nicht sollten wir langsam mal eine Fahne holen Na mal hör doch mal aufs rum zu backen Alter geht dirs noch gut dass du mich mal wieder rum backen musst und ich komme dann hier nicht weiter so normalerweise würde ich jetzt ganz das ist wie mir also die ganze Aufnahme abbrechen und alles wegnehmen aber heute sag ich mir nein heute probiere ich das durchzuziehen Ach man kommt nochmal auf den Boden an mir will nicht in die Zone sterben Ach Ach Nein Wählerverbindung ist richtig da Das ist jetzt einfach was zu telefonieren Macke So wir sind unten Da gibt es schon mal die ersten Munition die können wir holen Ah Komm schon Ey das spring doch mal vernünftig hier doch Ja manchmal kommt es mir so vor als wenn mein Smartphone mich absolut nur ärgern will Schreibt das mal in den Kommentaren ob die das auch so sieht Wenn nicht muss ich mir mal wirklich nochmal anders holen Warum bist du nicht hier voll? Mann Na Alter back der schon wieder rum Hallo Boos ich bau dich mal ab Hallo Boos ich bau dich mal ab Ja Ja sollte ich vielleicht auch verwenden weiß ich noch nicht Ja sollte ich vielleicht auch verwenden weiß ich noch nicht Ich weiß auch nicht, wo ich dann noch hingehe, aber jetzt muss ich mal ein bisschen in die Zone reinlaufen. Jetzt gucken wie ich die Zone mache. In zwei Minuten. Guck mal da unten ist einer, das war mir so klar. Ach, mich anheben kannst du, da guck mal, da guck mal, da guck mal, da guck mal, ah, so ne schüttel, alter, der hat auch noch voll Schütt gehabt, gebt ihr das, alter, gebt ihr das. Alter, ich hätte mal bauen sollen, das wäre vielleicht noch was besseres geworden, aber nein, wie so wie ich immer bin, nein, es wird nicht gebaut, jetzt vielleicht verstecken wir uns ein bisschen und dann wird der Guck auch mal schießen können. Ja, toll, dann passiert so ne Scheiße wieder mal. Ach, Mann, oh, ich könnte mich schon wieder über mich selber aufregen. Ach, Mann, oh. Ich probier's doch einmal und dann machen wir mal Schluss für heute. Ich muss mich ja mal langsam fertig machen für die Arbeit. Ja, ich sitze heute einmal nicht in Arbeitsklamotten hier rum, sondern eher in Privatklamotten. Ich hab mich ja auch schon mal so was leisten. Ich würde sagen, ab vorher ruhen wir noch eine. Ah, wir haben jetzt gleich 10 Euro, muss hier los, ja, paar Stunden mit frisch machen und alles, komm ich schon hin, mit noch mal ein bisschen was essen, muss ich auch noch mal was. Aber was mach ich mir denn? Mach ich mit Grillfleisch? Nee, Grillfleisch nicht, äh. Mach ich mit Kuchen. Hab ja noch nur Kuchen da. Ich hab mir gerade noch einen. Ach, wer ist denn das, ne Bananenchen? Hallo Banane. Ich steh dich mal auf. 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 Jawoll. Hier geht's. Jetzt ist das schon wieder witzig gerade. So. Mh. 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 alle da, wo ich immer hin will. Ich bin nicht so in der Tower. Ich will da so ein bisschen am Rande hin. Da, wo der andere schon hinfliegt. Da kommt noch einer runter, Alter. Die gibt's da wohl nicht. Ja. Alter, mir kommt so vor, als wenn ich mal die Kisten höre. Geht gar nicht. Die Kisten haben so einen eigenen Sound und das klingelt, kriegst du meistens gar nicht so richtig aus dem Ohr mehr raus. Das ist wie so ein Ohrwurm. Hat aber auch was Positives, ne? Ich suche eigentlich immer noch den Kevin. Wenn ich gestern mal hier hatte. Darf der Kevin spielen kommen? Das war ein Skill. Ah, la, 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 la. Baumchen, komm hierher, ich brauch dich. Wir sind heute Holzfäller. Ja, Pilze. Einmal. Zweimal. Ich luft schon wieder aus der Zone raus. Es darf doch nicht sein, dass die Zone heute so, so, manchmal so unfreundlich ist. Da ist ne Kiste. Die sind auch da, da sind hinten ein Hänger. Alle klar. Ich brauche noch mehr jetzt. Das ist nämlich eigentlich ja, gelaufen. Das heißt, ich werde Tage lang das klingeln, Ich bin seit heute den ganzen Tag auf Arbeit. Na, ich schicke dir manchmal meine Folien, wenn die alle sind, nicht diese Geräusche. Aber es macht nichts. Man kann dazu nur dachkleben. So. Laufen wir erstmal dahin. Vielleicht gibt es da diese schöne, nette, kleine Spielzeugwagens. Ja, ein Quad ist da. Verdammt laut, Bruce. Rina hat sich schon einen Quad geholt, siehst du? Ah, da wird gehietet. Nämlich weiß Hoverboard mit. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Mann, Luft hat mal ein bisschen Rückfall, das geht doch. Oder ist wieder vorwärts. Ach. Manchmal sind die Dinger aber wirklich nicht so schön, wie sie sein sollten. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. So, hier stehen wir ab. Ich bin ganz ehrlich. 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 Ich bin ganz ehrlich.